ich habe mich ihm zu und damit Hallo und Herzlich Willkommen zu einer Runde Quicksweige geht ihr seht ich spiel hier ohne Lex das ist mein neuer Laptop also schon ein paar Lex mit drin aber das ist mein neuer Laptop feiert ihn zu übel also ich habe jetzt mit Aufnahme habe ich so 30 FPS so rum mit Aufnahme aber ohne Aufnahme sind es zu 45 FPS also das ist ein ein guter Laptop von wir haben von Medioren die Stelle auch gute um ein Gott direkt eine Kiste bei uns und die Schnappen und ich bin ich bin ich bin ich bin im pvp nicht so gut also wundert euch nicht als ob der Wetter mir steht ich bin nicht offen gekommen ist aber da werden sie ein bisschen auf geplant ich spiele ich auf dem Weg gern besser was ich habe und der ist nicht so heftig und wenn ich die Schneider auch mit dem neuen Schneiderprogramm wenn ich gut geschnitten habe und nicht zu vorbilden bei der nächsten Runde gleich wieder ja ich hab mich jetzt doch noch entschieden dass ich zu vorbilden zu schneiden das liegt kommt einfach noch in die die Runde ein eine schreibt ist nicht bei mir lebt nicht mit meinem neuen PC das war kein Gamer PC wo ich jetzt mit 500 FPS aber Leute ich habe jetzt um so 25 FPS aber ohne ich habe noch kein Optifahrer nicht habe ich habe mein Optifahrer noch nicht installiert das müsste das müsste ich mal in den Kopf setzen weil ich habe Optifahrer noch nicht installiert also jederzeit ist gleich los hier wird direkt unten da unten ist direkt einer zack und schwert direkt den den holen und holen und holen und holen als ob ich hier direkt Jürgen der ist ich brauche zu mir doch nicht und in holen und 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 zack eier als ob ich ich denke mir gerade als ob ich hier gegen jemanden verliert er nicht mal ein Schwert hat wenn ich mal ein Schwert hat Jürgen der hittet mich viel besser als ich die ciao UR Fakt nee nee bisschen abhauen hier mit meinen PvP Tricks Fakti holen und holen und und nehmen ich habe nicht geahnt dass ein Schweres hat ist die ist nicht haupt also wenn es noch keine Katzen dann sorry und sorry dass noch keine Facecam da ist weil ich nehme noch nicht mit OBS auf da gab es irgendwelche Fehler als ich damit OBS aufnehmen wollte oh alter mega leck gerade als ich mit OBS aufnehmen wollte deswegen habe ich mir ein neues aufnachprogramm das heißt Lolo Game Recorder also richtig stark ist so richtig simpel und es ist so richtig hier so haben die richtige die richtige nein aber Kopenhagen Kopenhagen wir hatten ja gerade nicht so schnell als nämlich schlechte Runde würde ich jetzt mit schon fast sagen aber das ist die 24er und dem Mann die es richtig wird ich würde sagen ich hatte hier gleich mal ja ich weiß jetzt nicht ich bin hier zum voraus und ich kenne ich habe die schneide Programm noch nicht um auf mir durch mit neu frisch installiert hatte also ich habe es noch nicht getestet und ich kenne mich da noch nicht so ganz aus und ich habe mich hier gerade fest ich habe mich hier verirrt ich kenne mich da noch nicht so heftig aus deswegen kann sein dass ich nicht so heftig schneiden werde also theoretisch fast gar nicht und die gerade diesen mega mega leck gesehen als ob Warn Nehmann Neh ich hasse das ist das ist so komisch bei Gomi hat man noch so kurze Zeiten Schutz Zeit hier hat man gar keine Schutzzeit hier geht direkt los du willst so auf den Kisten holen wirst direkt von der nächsten Seite geklatscht was ist das man weich jetzt ist wieder nicht zu lange machen will was können wir denn hier noch so eine so eine abschließende Runde pvp können wir auch noch machen also wenn er fragt er was die Schmerz mit gern will ich habe mir kein Premium gekauft vielleicht weil ich ein bisschen zu geizig war und den Regen wir den Regen wir hatten es gibt es nur für Tränke Städte Tränke gibt es nicht okay was macht er da wir haben doch in der Buch in der Map gibt es doch gar keinen Bogen als ob das macht er da als ob was macht er da was macht er da damit gibt es kein Bogen damit gibt es kein Bogen ich denke mir gerade wieso lockt er mich da ins Wasserbecken damit Farms Seite ich denke mir warum lockt er mich da ins Wasserbecken mit auf der Map gar keinen Bogen gibt also Leute wie auch immer das soll sich von heute gewesen sein ja ich weiß es war jetzt nicht so heftig aber ich möchte es erst mal probieren als Leute ich bin in meiner Rode Teil sind es ja zwar schon fünf Minuten und 730 MB ich hab zwar nur fünf Gigabyte Arbeitsspeicher aber passt schon als Leute how to ride macht gut ciao 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 ciao